Hallo, heute zeigen wir euch, was wir alles aus Pappe sagen. Ihr braucht dazu nur ein paar Dinge. Klebeband, Leim, Scheren und natürlich Pappe. Wenn euch die Pappe zu dick wird, könnt ihr einfach einen Cutter und eine Unterlage nehmen. Wir haben ein Holzbrett genommen. Ich habe GBL-Boxen gebaut. Also Plutus-Boxen nehmen. Und da. Das Pferd haben wir gebaut. Ja. Klebeband. Und das Klebeband haben wir. Und hier machen wir ein kleines Klebeband. Und dann nehme ich ein guter Bauch. Und dann das, Freundin, und dann das. Und als wir das Pett gebaut haben, ist das ein Gefallen, dass wir noch mehr für die Kinder bauen. Und dann Haus. Und das ist das hier. Und dann haben wir hier auch den Schrank gebaut. Und ich habe Würfel gebaut. Kleine und große. Ja. Und als ich habe das hier rät und dann hier mache ich so ein Dach. Und dann haben wir hier immer hier Wachpappe, immer hier oben. Und dann hier nicht verab. Und hier ist ein Dach immer. Olli, was ist denn das? Das ist ein Dach. Das ist ein Dach. Das ist ein Dach. Das ist ein Dach. Zeig dir. Guck. Das hier ist mein Computer. Und nein, na, Olli hat das hier. Hallo. Und das hier? Ich meine mit Klebe. Und das hältst du. Also Olli hat das Klebeband? Ja. Ausgeschnitten, also eine Pappe genommen und sie draufgeklebt. Dann eins, dann verklebt, dann abgeklebt und dann dem Alper klebt. Also dann hältst du das, ja Christisch. Und daher erklärt das auch Christisch. Und ich habe Flappen, ein 4-Effekt, ein Grau, ein Geschnitten und klebeband hinten. Und dann etwas draufziehen, dann hältst du das hier nicht ausgedruckte Tastatur. Und das ist ein Bildschirm. Das ist ein Pizzer, ein Lime, Pizzer, ja. Und dann hier, wir können es so machen, immer ein Lime, so hell und weg. Dann tschüss. 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 Tschüss.